doch weiter geht's für speed anbauen und weiter geht es einem tollen rennen wir haben jetzt wieder tag und das auto ist ja jetzt mehr weniger die corvette ich muss jetzt so gerade gucken weil ich muss hier drinnen fahren die keine kohle haben die nix an das ist eine kurvenlegende die habe ich auch schon gefahren paar mal ich will jetzt nicht 10.000 mal selber rennen fahren irgendwann hier ist nochmal der sturmkanal tag des präsidenten tüv drin knifflig scheinbar müssen wir brauchen rennen was geld bringt es ist halt jetzt gerade so oder hoffen dass wir nochmal autos liefern können es plus wir haben so eine kleine gar nicht so schlecht das haben wir noch nicht gefahren wir haben heute erhöhte polizei aktivität na endlich hey speedy tess wie läuft's weißt du diese robin hood sache die du und jess abziehen sehr bewundernswert kannst du die warnung sparen dass wir aufhören soll im gegenteil ich will euch ansporn alec ist sauer so richtig sauer pulsierende ader auf der stirn schweißausbrüche rauch aus den ohren so sauer er ist so sauer dass er mir gesagt hat ich soll alles tun damit ihr nicht gewinnt und damit willst du jetzt angeben nein so ist das nicht speedy wollte dir dafür danken dass du alec so wütend gemacht hast dass ich shoppen gehen kann weiß alec dass du sein geld für neue sneaker und genug rummer brötchen für den rest deines lebens ausgibst so meine autos was ist das für ein rennen es plus ne was haben wir gesagt das größte her als plus naja jagen wir ein bisschen mit dem auto durch die gegend so auf geht's naja hat da die gar nicht nicht auf dem schirm gab ich habe zwar gesehen aber das ist jetzt nicht dein herz oh doch scheiße das war ein bisschen zu nah ich habe auch jetzt alles mit tschüss ich muss jetzt mal gerade ein bisschen gucken dass ich mich ein bisschen konzentriere und wir hatten kilometer vorsprung er so wacke glücke ich verbaute gerade müssen selber zu sehr selber ich bin fünf da ich habe schon locker dran an dem vor allen dingen mit dem meter vorsprung ist kann mal zusammen das werde ich nicht noch mal zu lassen was soll ich mir zuerst kaufen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin städte renn verkauft wenn man sich so eine nummer komme ich dann verliert solche drin ich bin mich ballern sie gerade komplett aber ja war ich auch gleich ich habe keine chance ich habe hier gefühl der schütze auto im rennen und trotzdem kriege ist nicht gebacken hier vernünftig mal ein rennen zu fahren wenn wir gefühl haben wir alle mpcs mittlerweile auf die senke gehen mann verpässt dich doch mit deinem scheiß mpc ich muss dich noch weg kommen man mann ich muss ja dauernd weg schießen das gibt es anders du musst da war da nicht unter den ersten paar sein eigentlich bin ich der schütze auto ich bin immer wieder reingekommen nur mich haben sie eigentlich gefühlt alle gerade nur weggeballert die mpcs ich bin es passiert die ich 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 Geh mal weg da, Lyric. Du bist gut. Ich bin fast schon beeindruckt. Schön, dass du mich ausbremst. Eine Entschuldigung wäre angebracht. Ach, die Frisse. Warum? Ey, der fährt da durch und ich komm da. Klar, überholt ruhig alle. Vier Mann haben hier noch mal vorbeigeflogen. Oh, Total Schaden! Das ist der Fnis, dein Herz! Schon wieder nicht Herster, ey. Danke schön, scheiß Kopf! Das ist der Block ist dritter. Das Problem ist, das ist der Zweite. Wer da einer da vorne wegballert, die ganze Zeit baller ich mich hier mit dem Idioten in die Gegend. Wie gesagt, ich bin eigentlich so schlecht für Autumfeld. Wenn jetzt davon etwas Dramatisches passiert. Aber er passt mir irgendwo ins System. Keine Sorge! Da vorne, die ist mehr oder weniger. Und ein Ober vorne. Und ein Ober vorne. Jetzt weiter, weil ich mich die ganze Zeit mit dem Idioten nicht... Bitte scheiße in mich zu. Damit macht es dir was aus, wenn ich dir dein Geld abknöpfe. das war mir so klar da sind fünf autos wer mit weggeschossen hier ich ich bin sechster wegen so einer fucking nummer ich war mal ganz gespieltig vorneweg hier schießt ja die mpc schießt ja eh nur dich weg du weißt schon dass du auch die fresse halten kannst und er kommt doch keine sorge da ist der erst platziert hat er mir kann man aber auch warum mich der da unten im ding muss ich sagen der verkehr stellt sich aber auch gefühlt immer dann auf die stein wo ich bin wie gesagt da bist du einmal dran an dem oder entschieden scheiß blauer lieferwagen da vor der warte ich muss ein paar kette auf die fahrt ihr fahrt ja nur ein rennen was warum jetzt schon wieder da ja wenn ich alleine mal frei fahren kann wenn ich mehr kann ich sie ohne probleme machen wenn ich ja ich bin ja ja ich habe noch immer was gemacht das kann nicht sein unfassbar ich sage ja ich bin der lieferwagen der pc wie habt ihr gesehen wie er quer über die straße schießt um mich weg zu schießen hier habt ihr genau gesehen wie er mich versucht dann nochmal weg zu praten ich muss dann doch rum ich muss dann doch weg schießen dann darf er ja nicht erster werden nachher gefühl ist das ein mordanschlag jedes mal auf mich ich bin ich einmal ja so gewesen weil immer noch was dazwischen kam da bist du jetzt ja natürlich ja wenn ich mal wirklich und sichbare wände der gegenverkehr brät mich weg hauptsache der hauptsache man darf nicht erster werden nein nein ich habe schon aus dem schreck gerinnen von verkackten sondern nummer wie gesagt eigentlich bin ich hier mehr oder weniger schnell zur auto im ganzen feld war wie seht ihr da war wie viel ps und dickere 10.000 verpässt ich mit einer dreckskarre die zentrale streife ist vor ort und bereit diesen fang von der straße zu holen holt mal den mpc von der straße oder den ersten da vorne von der straße und nicht immer nur mich verpässt ich verpässt ich und schieß mich nicht immer nein wir haben nur glück dass der gegenverkehr euch nicht weg haut immer nur mich mit ballert gerade halt die fresse jetzt endlich komm herz hier das ist der dritte na keine sorge da brauche ich dich nicht für das macht die mpc ist schon du bist nämlich rein gefahren klar bleib auf den bleib doch nicht in deiner spur braut und nicht du bist in der nächsten kann mit dem nächsten gegner rein aber wie gesagt normalerweise nicht das ist nicht wahr ist auch der letzte versuch jetzt ich habe die schnauze irgendwann einfach voll leibig ist natürlich vorne sage ich darf nicht einmal erster wer da kommt jetzt kann ich nur irgendwas und muss fett ist gleich quer über die straße hauptsache schießt mich weg im zweifel panzer oder so keine ahnung ich bin mal erster ich habe gesagt nicht lange war da bis die konzentration jetzt einfach hoffe ich dass ich die nummer jetzt einfach nach hause fahre ich bin der kopf ja klar doch ja auch nicht lange ist das er ja er hat er wird er klar ja im zweifel mal hat er mit der fahrer die mich kaputt der kann ohne probleme ich bin wir mal weg ich bin als abrocki klar ja danke du hast verloren ich habe verloren mit einer nummer warum zur hölle wir sind hier weiter 900 meter ja stimmt der pc haben sie ja noch nicht abgesehen die haben es ja nicht auf den typen abgesagt ja fahr mal durch wir machen mal platz da bist du bist doch so ja ich befürchte es hat er nicht mal weg davon könnte man nicht einfach die dämpfe der dnm erst platzierten jagen müsste eigentlich immer nur mir auf den senken gehen habe es sich natürlich wer verfertigt sich zum zweiten mal naja du hast du hast sie gewonnen ich sag ja irgendeiner gewinnt das rennen ich darf es nicht ich darf es nicht ich darf nicht gewinnen sache haben zweifel zweifel wenn ich ja mal irgendwie bei der nähe bin da sind fünf fahrzeuge auf der straße wer wird weggebracht ja ich der sechste ja ich halte abgeschüttet verfolgung beendet das ist vergeblich hast mit alle danke warum zu halle wir sind nicht beim rennen die braucht mir nicht mehr wegschießen ich sag ja genau wie bei kolossos da wirst du sechster wurde selbst auto und feld so nacht zwar mittwoch nacht oder so 2000 jetzt bin ich glaube das machen wir nächsten folge sagen wir sehen uns dann wieder bei nie vor spiel anbau dort jetzt bin ja 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 Vielen Dank.